Wir alle brauchen das Evangelium. Weißt du, was das Evangelium ist? Ist das Evangelium eine Religion oder eine echte Beziehung zu Gott und seinem Sohn Jesus Christus? Was ist die Botschaft des Evangeliums und was können wir erleben, wenn wir das Evangelium annehmen könnten? Wenn du mehr über das Evangelium möchtest wissen, klick auf diesen Link und möchtest und werdest du erfahren, was das Evangelium für dich machen kann. Einen schönen guten Morgen alle, die im Saal sind, aber auch die Leute, die im Livestream uns verfolgen. Danke, danke da oben. Da sind ein paar Leute, die winken. Ja, ich möchte einfach ein Kursgebet machen. Vater im Himmel, danke, dass du uns die Möglichkeit gibst, dein Wort hier im Saal zu predigen und auch im Livestream weitergeben. Danke für alle die Leute, die das für uns machen, alle für die Techniker und ich danke dir auch für unsere Band, dass wir können dich preisen. Danke, dass du in dem Zimmer bist, aber du bist auch mit allen, die bei uns schauen. Danke für den Heiligen Geist, der uns führt. Und ich bete in Jesus' Namen, dass du meine Wörter leitest in diesem Morgen. Danke, dass du mir geholfen hast, trotz aller Frustrationen, die ich diese Woche hatte mit der Predigt vorbereiten. Danke, dass du mir geholfen hast und ich möchte deine Macht sehen. Ich möchte, dass du uns heute Morgen direkt zum Herz sprichst. Lass uns wissen, was du für uns heute Morgen hast. Amen. Römerbrief. Das ist ein sehr herausgefordertes Brief für uns alle. Und ich versuche heute Morgen auf Kapitel 3 zu gehen, aber bevor ich in Kapitel 3 gehe, ich möchte auch euch sagen, ich möchte nicht jeden Vers mit euch durchschauen. Und für das brauchen wir eine sogenannte Bibelstunde oder so. Mir ist so gefallen, in den letzten Predigen, der Apostel Paulus war irgendwo in Korinth. Es war eine Stadt und er hat einen Brief geschrieben. Ich habe angefangen, diesen Brief zu lesen und ich habe gemerkt, die Liebe, dass der Apostel Paulus einen Sieg für diese Leute im Raum hatte. Paulus bringt auch seine Leidenschaft. Und wenn wir mit dem Brief anfangen, wir beten, dass der Apostel Paulus für diese Leute gebetet hat, er hat sein Herz in diesem Brief geschrieben. Und er hat eine kurze Zusammenfassung von was das Evangelium ist. Und den er macht weiter und schreibt, weil er ist immer am Denken an die Leute in Rom, weil er hat gewusst, etwas stimmt nicht in der Gemeinde in Rom. Die Gemeinde in Rom war eine Gemeinde, die zwei Gruppen dort waren. Es waren Juden, die zum Christentum konvertiert waren, aber es waren auch griechische Leute, die auch zum Christentum konvertiert waren. Und diese Leute haben eine Gruppe gemacht, in der sie sagen, alle, die noch Jesu Christus kommen, sie sollen alle Rituale, das Gezett von Israel folgen, plus die Beschneidung. Und Paulus, ich könnte mir vorstellen, dass Paulus, als er diesen Brief geschrieben hat, er hat vielleicht die Haare so genommen und hat gesagt, nein, das kann nicht sein. Sie haben alles falsch verstanden. Und darum möchte ich Ihnen einen Brief schreiben, um zu erklären, was wirklich wir in Jesus Christus bekommen haben. Paulus schreibt in Kapitel 1 bis 2 die Situation von uns Menschen. Wir haben alle Gott abgelenkt. Und weil wir haben Gott abgelenkt, wir befinden uns in einer Situation, die für uns schwierig ist. Sünde ist gekommen und wir machen, was wir wollen. Er hat in Kapitel 2 auch direkt zu den Juden geredet. Und er hat gesagt, ihr denkt, weil ihr ausgewählt sind, weil ihr alles von Gott bekommen habt, ihr seid besser als die anderen Leute. Er sagt, nein, das ist nicht so. Wir alle sind gleich bevor Gott. Und dann, er macht weiter in Kapitel 3. Er möchte direkt zu seinen Leuten sprechen. Der Apostel Paulus war ein Pharisäer. Und er wollte zu ihnen sagen, das ist, was ich von Gott empfangen habe. Kann jemand ein Wasserglas suchen, bitte? Danke. Mein Maul ist trocken. Entschuldigung. Romer 3, wenn du deine Bibel da hast, fängt der Apostel Paulus mit eine Frage. Für mich der Apostel Paulus war ein Mann, der sehr diplomat war. Er fragt, meine liebe Judenleute, was ist nur der Vorsuch des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Was macht der Apostel Paulus in Kapitel 3, 1 bis 8? Er möchte ganz genau zu ihnen zeigen, dass obwohl das Volk von Israel die ganze Tora, die Schriften und die Propheten bekommen haben, Trotzdem hatten sie ein Problem gehabt. Wir haben das bekommen, aber trotzdem, wir waren nicht treu zu Gottes Wort. Aber Gott ist treu geblieben. Wir waren ungerecht. Und wenn man Jeremia und Ezekiel oder Jesaja liest, man merkt dort, wie und treu Gottes Volk zum Gott war oder ist gewesen. Dazu haben sie der Apostel Paulus einfach gesagt, weißt du, das Evangelium, das du predigst, ist ein falsches Evangelium, weil du predigst gegen die Tora. Und du predigst, dass wir können alles machen, dass Gottes Genade grösser wird. Das war auch ein theologisches Problem dort in Rom. Und das Evangelium von der Genade Gottes ist keine Ausschweifung, weiterhin Böses zu tun, damit die Gnade Gottes im Überfluss vorhanden ist. Traurig zu sagen ist, dass diese Lehre ist immer noch zwischen uns Christen im Jahr 2021. Und wie gesagt, ich könnte euch nicht erklären, warum, weil das ist eine andere Bibelstunde. Aber das existiert heutzutage in unserer Gesellschaft. Kapitel 3, 1 bis 8 der Apostel sagt, wir haben alles bekommen und wir haben alles nicht gut gemacht. So, im Kapitel, im Vers 9 sagt es, was tun? Haben wir einen Vorschlag? Doch auch nicht. Wir sind alle unter der Herrschaft der Sünde. Das ist schwierig zu hören. Wir sind alle unter der Herrschaft der Sünde. Heutzutage, wir reden nicht über Sünde. Wir finden andere Wörter für Sünde und wir denken, wir können so leben. Ich glaube, der Apostel Paul war auch, er hat so viel Liebe, aber der Apostel Paulus war auch direkt und er hat gesagt, das ist unser Problem. Wir wurden ausgewählt, aber wir sind in Sünde und wir sollen das ganz direkt schauen. Er schreit vom Vers 9 bis 20 und inzwischen nimmt er einen Psalm. Es ist Psalm 14 und Psalm 53 und Psalm 53 sind gleiche Salmen und er schreibt und ich möchte das euch vorlesen. Was nun? Haben wir einen Vorschlag durchaus nicht, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, alle unter der Sünde zu sein. Wie geschrieben steht, das ist keiner gerechter auch nicht einer. Das ist keiner, der Verständnis ist, das ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, das ist keiner, der Gutes tut, das ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Sungen handelten sie trügerisch, wie per Gift ist ihre Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Witterkeit, ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben wir nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Paulus das hat geschrieben was der Sünde mit uns macht. Er sagt, die Sünde das wir haben hat unsere rechtliche Position von Gott getränkt. Wir sind nicht gerettet vor Gott geworden, weil wir haben gesündet. Sünde hat unsere Denke beeinflusst. Keiner ist klug, obwohl wir denken, dass wir klug sind. Das ist nicht so. Wenn Sünde in uns ist, machen wir etwas anderes als Gott Wunsch. Unsere Motive keine Frage nach Gott. Keine Frage nach Gott. Unsere Wille, wir haben unseren eigenen Weg gefunden und gefolgen. Nicht den Weg von Gott. Unsere Worte Reihen sind ein offenes Grab. Wir verwenden Wörter und wir töten Menschen mit unseren Wörtern. Unsere Beziehung zwischen Gott und uns ist kaputt gegangen. Wir wurden getrennt von Gott, weil Gott ein Gott der Heilige ist. Wir sind alle unter der Herrschaft der Sünde und mir ist es so gefallen, dass Gott schon von Anfang über das geredet. Wir erinnern uns, wenn Kain die Gedanken hat, seinen Bruder zu töten, Gott hat schon das gewusst und er hat zu ihm gesagt, im ersten Moshe Kapitel 4 Vers 6 das folgende Und da sprach der Herr zu Kain Warum bist du sornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Machen wir das? Was machen wir, wenn Sünde für uns von unserer Tür ist? Beherrschen wir uns diese Sünde? Ich glaube, wir können in unserer eigenen Kraft diese Sünde nicht beherrschen. Und wir brauchen Gott für das. Wir brauchen das Evangelium für das, um diese Sünde zu beherrschen. Interessanterweise, David hat geschrieben, keiner sucht nach Gott. Und Paulus sagt noch mal, hey, keiner von uns hat Gott gesucht. Aber vielleicht denkst du, ja, ich suche Gott. Ich suche Gott in anderen Religionen. Ich suche Gott in der esoterischen Welt. Aber weißt du, du suchst keine Beziehung zu Gott. du suchst nur Mittel, dass deine Ego befriedigt. Das ist, was wir suchen. Und interessanterweise, wir suchen nicht Gott. Wir brauchen diese Sprache, hey, ich suche Gott. Weißt du was? Gott, ich habe nicht Gott gefunden, Gott hat mich gefunden. Und das ist etwas anderes. Und ich glaube, wenn der Apostel Paul schrieb, er wollte uns sagen, was Jesaja 53, 6 sagt, wir alle irrten umher, wir schaffen, wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Und das ist so. Das ist so. Johannes 6, 44, sagt Jesus zu den Jungen, das wir suchen nicht, ist der Vater, der uns in Sicht, ist der Vater, der uns die Möglichkeit gibt, Jesus zu begegnen. Und vielleicht bist du hier und du hast keine Besegnung zu Gott oder du im Livestream hast keine Besegnung zu Gott und du bist am Suchen und vielleicht hast den falschen Weg genommen und vielleicht Gott hat dir viel Möglichkeiten gegeben schon Gott zu finden und du hast auf die Seite gelegt weil du willst nicht diese Herausforderung in deinem Leben aufnehmen und ich sage dir es lohnt sich diese Herausforderung mit Jesus zu leben und das ist mein Empfehlung zu uns alle dass wenn Gott zu uns kommt dass wir uns sagen hier bin ich mach die Tür auf für Gott mach die Tür auf für Jesus Christus er ist da er möchte mit uns zusammen sein Amen ich glaube wir alle brauchen das Evangelium Paulus schreibt das ist was Sünde mit uns macht wir sind getrennt von Gott schau mal David hat über das geschrieben aber wir haben Hoffnung wir haben das Evangelion das Evangelion das Christus zu uns gegeben hat aber was für Evangelion haben wir was für Evangelion hat der Apostel Paulus bekommen wir alle wissen die ganze Geschichte in Geschichte in Apostel Geschichte Kapitel 9 wir sehen dass der Apostel Paulus eine Offenbarung von Jesus Christus bekommen hat er wollte er war auf dem Weg nach Damaskus er wollte Christen töten weil Paulus böse war nein weil Paulus Gott geliebt hat in seiner Religion und er wollte Christen töten interessanterweise dass er geht und er hat diese Offenbarung und er hat Jesus Christus gesehen gehört nur er die andere haben nicht bekommen Paulus warum verfolgst du mich hat Jesus gesagt und wir wissen dass er blind wurde ist in ein Haus gegangen und den jemand das Hananias ist ist zu ihm gegangen er wollte zu es nicht gehen nein der Mann ist so gefährlich er kann mich töten ich bin auch Christ geworden und interessanterweise ist dass das Evangelium das Paulus bekommen hat ist kein einfaches Evangelium ich möchte euch ganz besonders das zu euch lesen weil viele von uns haben eine falsche Idee von Evangelium und in Apostel Geschichte Kapitel 9 steht das ist was Gott sagt wenn du zu ihm gehst denn ich werde ihm zeigen wie vieles er für meinen Namen leiden muss denn ich werde ihm zeigen wie vieles er für meinen Namen leiden muss viele von uns denken das Evangelium ist alles schön ja es gibt schöne Momente aber im Grunde genommen das Evangelium ist nicht so einfach wie man denkt und wir sehen das ganze Leben von Apostel Paulus er hat viel gelitten nur wegen das nur wegen das Evangelium von Jesus Christus ich bin in eine Kultur aufgewachsen mit einem Evangelium die man heißt das du solltest nicht du solltest nicht diese Hose tragen du solltest nicht trinken du solltest nicht rauchen Frauen sollten keine Hose tragen und so weiter das ist nicht das Evangelium das ist man made das wurde für Männer gemacht das ist nicht was Jesus von uns verlangen dann kannst du mir sagen den predigest du die gleiche Evangelium wie Paulus ich predige ein Evangelium der Gnade Gottes wir haben nichts bekommen nur wegen Gnade haben wir alles bekommen durch Jesus Christus und wir haben ein neues Evangelium gemacht mit Jesus Christus Evangelium wir haben wieder alles zusammen getan und wir haben in diesem Sinn viele Menschen von das Evangelium weggeworfen wir haben nicht das Evangelium das Jesus zu uns gebracht hat zu diesen Leuten präsentiert Paulus hat gewusst er muss dieses Evangelium weitergeben und wir sehen Paulus in verschiedenen Situationen wenn er zum Beispiel vor Gripa Agripa und Festus war er hat gesagt was das Evangelium ist Jesus Christus musste am Kreuz leiden um am dritten Tag zurück auferwech sind er ist auferstanden am dritten Tag das sind die zwei Sachen die das Evangelium sprechen Jesus Christus musste für uns leiden wir alle irrten umher wie Schafe wir warten wir wandten und jeder auf seinem Weg aber Jesus Christus hat alles auf sich genommen am Kreuz und er könnte diesen Durchbruch machen dass wir können einen neuen Weg zum Vater finden und das ist das Evangelium das wir müssen weiter predigen Amen was geschah nachher ist Paulus einfach daheim geblieben und sagt ich mache nichts mehr nein Paulus war begeistert ich habe das Evangelium von Jesus Christus jetzt verstehe ich was in Torah geschrieben ist jetzt verstehe ich was die Propheten gesagt hatten jetzt verstehe ich was in den Schriften ist in den Psalmen und Sprüche es ist eine neue Sicht von Evangelium bekommen und darum die Leute die Juden damals könnten Paulus nicht verstehen und manchmal wir verstehen Paulus auch nicht Paulus hat diese schöne Offenbarung von Jesus Christus bekommen und er gesagt ich muss ich muss das machen ich muss nicht einfach daheim bleiben und er wusste dass er musste eine bestimmte Zeit weg von der von der Apostel sein weil sie hatten Angst von ihm sie haben gedacht der Mann möchte uns töten aber Paulus war voll Liebe jetzt er wollte mit seinen Geschwister zusammen teilen das Evangelium von Jesus Christus Amen was macht das Evangelium mit Paulus gibt ihm eine neue Sicht von Jesus Christus das ist der Messia das ich gewartet habe das ist der Messia das sein Leben von mir gegeben hat jetzt möchte ich überall gehen überall die Leute sagen es gibt Hoffnung in Jesus Christus es gibt Hoffnung in Jesus Christus das Evangelium macht eine Veränderung wenn du daheim bist und du nochmal Kapitel 3 liest oder Psalm 14 oder Psalm 53 nochmal lesen könntest das Evangelium verändert alles was David und Paulus wieder gesagt hat das Evangelium verändert alles für gut das Evangelium refertigt uns das Evangelium gibt uns einen neuen Status wir sind Gottes Kind aber manchmal glauben wir das nicht weil wir können das nicht sehen ich bin ein Gottes Kind aber das ist ein Prozess und für Paulus war ein Prozess auch jetzt bin Gottes Kind wieder jetzt bin ich ein Gottes Kind und ich will das sagen egal was die Leute sagen spinnst du wie sagst du du bist Gottes Kind die Leute können das nicht verstehen durch das Evangelium bekommen hier der Heilige Geist die zu uns spricht die uns leitet zu Jesus Christus leitet durch das Evangelium bekommen wir Kraft um weiter die Leute über Jesus zu erzählen das Evangelium bringt Veränderung in unsere Leben das glaube ich fest das habe ich erlebt durch die Jahre habe ich diese Veränderung mit Jesus gesucht und ich habe gesagt Jesus Christus obwohl mein Leben so war obwohl ich habe so viel Schlimmes gelebt erlebt und durchgelebt du hast mir Hoffnung gegeben du hast mir Veränderung gegeben und ich glaube du kannst immer noch mich verändern aber ich muss ganz offen zu dir sein sonst gehe ich nicht es gibt Leute die sie sind Christ lang lang und sie sie erleben diese Veränderung die Kraft des Evangeliums sie finden diese Kraft nicht und ich möchte zu euch zu mir sagen es gibt Kraft in das Evangelium und wenn du möchtest er kann der Jesus Christus kann diesen Durchbruch in deinem Leben machen es braucht nur einen Schritt von uns es braucht dass wir die Tür aufmachen Amen mach mal denke wenn Offenbarung schreibt da Jesus ist an der Tür und klopft er ist immer da draußen wir lassen ihn nicht drin weil wir Angst haben weil wir sie so gewöhnen in unseren Traditionen in unsere Gewohnheit und wir wollen dass Jesus Christus es ist interessant wir wissen er kann alles verändern aber wir wollen das nicht es ist Zeit dass wir die Tür aufmachen komm Herr Jesus Christus in mein Leben komm nochmal räume auf was dir nicht gehört in meinem Leben ich möchte deinen Charakter haben Amen und da sehen wir den Apostel Paulus der Apostel Paulus hat keine Angst er wollte weitermachen und er sagt in Römer Kapitel 1 Sachsen etwas das ich finde genial super begeistert und pur denn ich schäme mich des Evangeliums nicht ist es doch Gottes Kraft und Heil jeden Glaubenden es ist Gottes Kraft zu heilen wo ist unsere Heilung frage ich mich manchmal wo ist meine Heilung Gott wo mache ich mir die Tür zu weil ich möchte das nicht erfahren es ist Gottes Kraft 1 Korinther 1 18 wenn ich schäme mich des Evangeliums nicht ist es doch Gottes Kraft zum Heil wieder warum sagt der Apostel Paulus das einfach weil er Lust zum Schreiben hatte Nein weil er das erfahren hat das Evangelium kann uns heilen Halleluja Punkt das Evangelium kann das mit uns machen und ich glaube dass wir wollen das nicht keiner sucht Gott das ist was der Apostel sagt keiner sucht da wenn wir das wirklich suchen diese Heilung das Evangelium kommt ich frage mich wie werden unsere Gemeinden in Werden 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 die Kraft fällt und manchmal frage wo ist diese Kraft und das Evangelium in uns Christen in Werden ich will mehr von Jesus Christus als ich Paulus gelesen habe habe ich gemerkt ich habe meine Leidenschaft für das Evangelium verloren und ich möchte mehr mehr von dieser Kraft haben ich möchte die Leute dass die Leute zu mir sehen und sagen was hast du das ich nicht habe weißt du was ich habe Jesus Christus ist in mir egal was du denk egal was du sagst es gibt nur einen Weg zu Gott und diesen Weg hat Jesus Christus auch für uns gemacht du kannst mir sagen andere Religionen aber andere Religionen bieten keine Beziehung zu Gott andere Religionen sagen Gott ist dort und ich bin da und ich versuche in einen Siklus zu gehen vielleicht irgendwann lande ich bei Gott nein mein Gott ist so klar er sagt das ist der Weg und viele Leute sagen ja der ist crazy er spinnt egal was sie sagen ich spinne nicht weil wenn wir zu mir das sagen sie sagen nicht zu mir sie sagen das zu Gott direkt wir haben uns abgewendet von Gott und das sehen wir ganz in unserer Gesellschaft zwei Sachen waren wichtig für der Apostel Paulus schäme dich nicht für das Evangelium sagt er zu Timotheus schäme dich nicht für das Evangelium und predige es egal was für Konsequenzen kommen wir müssen auch mit unserem Leben rechnen aber wenn du wegen das Evangelium dein Leben verlierst Halleluja bist du bei Gott Halleluja in Kolumbien habe ich mit Christen gearbeitet die mit Open Doors gearbeitet haben wie heißt Open Doors auf Deutsch offene Grenzen offene Türen ich weiß es nicht aber sie haben mit Open Doors gearbeitet und ich musste einfach sagen Mann du erlebst Sachen das ich nicht erlebe weil ich schäme mich auf das Evangelium aber du wirst bereit dein Leben für Jesus Christus zu geben und der Apostel Paulus war auch bereit für das lese das Leben von Apostel Paulus er war im Gefängnis er war viele Male er hatte nichts zu essen und so weiter und so 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 und trotzdem er ist treu geblieben zu den Evangelien von Jesus Christus Paulus war wichtig die Integrität von Evangelien zu predigen und darum er schreit zu den Leuten in Rom und zu sagen ey ich predige nicht was ihr predigt ihr möchtet mehr mehr Sachen in das Evangelium bringen und das ist nicht so Gott hat uns Freiheit gegeben und wir sollen diese Freiheit nutzen nicht um böse zu tun sondern um das Evangelium weiterzugeben er hat er hat zu es lehrt und sich nicht zu wende den gesunden Worten unseren Herr Jesus Christus und der Lehre die gemäß der Gottes für ist so ist er aufgeblassen und weiß nicht sondern ist krank an drei Fragen und Wort gesenken und das sehen wir heutzutage die Lehre von das Evangelium durch die Geschichte die Kirche Geschichte wurde verändert und wir müssen zurück zu den Würsten von Evangelium er ist reiht Timotheo in 2. Timotheo 4 1 5 etwas noch ich besäuge eindrücklich vor Gott und Christus Jesus der lebende und tote richten dir und weil seine Erscheinung und sein Reich predige das Wort stehe bereits zu gelängener und zu gelängener gelegener und ungelegener Zeit überführe weise zurecht ermahne mit aller Landmut und Lehre dann es wird eine Zeit sein dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufheuen werden weil es ihnen in den Ohren kitzelt und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hin wenden da aber sei nüchter in allen ertrage Leid tu das Werk eines Evangelisten vollbringen deinen Dienst sehen wir klart das Evangelium obwohl in Gefahr ist ist nicht in Gefahr weil Gott größer ist als alle diese Leute die versuchten das Evangelium zu verändern und das sehen wir schon im Jahrhundert zweit wo das Evangelium das Paulus weitergegeben hat wurde schon verändert bis heute sehen wir das der Apostel Luther hat gesagt wir sollen das Evangelium jeden Tag hören weil wir jeden Tag vergessen ich sage und ich glaube ist nicht nur hören obwohl wie wir sagen glaube kommt durch das hören und das hören von Gottes Wort ich glaube wir sollen auch hören aber mit Hilfe von der Heilige Geist in Praxis bringen und da kommt die ganze Theologie von Werken und so weiter und das mache ich nicht heute aber das Evangelium bewegt mich etwas zu tun weil ich möchte nicht allein gerettet werden ich möchte alles weil das ist der Wunsch von Gott er hat sein Sohn zu uns gesendet dass alle gerettet werden er gibt die Möglichkeit zu uns alle gerettet zu werden wenn wie gesagt wenn das Evangelium Gottes Kraft ist uns zu heilen wo ist meine Heilung das sind Fragen das wir können als Christen fragen wenn das Evangelium die Kraft Gottes ist zu verwandeln wo ist diese Verwandlung suchen wir Gott wirklich wie wir sollten oder wie ich gemacht habe suche ich Gott weil ich in einer Tradition aufgewachsen bin wo mir wurde gesagt David du musst du musst jeden Samstag in dem Maße gehen und habe ich so tipptopp gemacht jeden Samstag bin ich in dem Maße gemacht und du solltest weiße Kleider anziehen das war so ich erinnere mich dass die Leute haben gewusst diese Kinder gehen in die Masse weil sie waren alle bis die Schuhe sollten weiß sein weiß Farbe sein und wir sind wir marchieren und wir waren da und dann haben wir die ganze Masse erlebt und so weiter aber das hat mich nicht gebracht ich hatte mehr Fragen gehabt nachher warum machen wir das und jetzt wenn du Sünde getan hat in der Woche du solltest jetzt drei bestimmte Gebete zu Gott machen und du werdest frei das habe ich auch nicht erlebt und dann habe mich entschieden okay ich gehe zu den christlichen die evangelikalen christlichen und ich versuche dort jesus christus zu finden und dann wieder habe etwas anderes eine man made tradition eine tradition von männer gefunden ich habe theologie studiert und dann habe ich verstanden warum wir in lateinamerika viele sachen kopiert von den europäern hatten und von den amerikanern hatten wir haben einfach ein evangelium importiert in kolumbien die nicht mit der bibel zu tun hat und ich sage es tut mir leid nein es tut mir nicht leid das war falsch und ich musste von anfang lernen was ist wirklich das evangelium von jesus christus ist das was die europäer gemacht hatten oder amerikaner oder wir kolumbianer auch ja wir haben auch eine menge von sachen von unseren traditionen von unserer indianer tradition schamanismus animismus und alle haben wir in das evangelium gebracht und ich habe sogar in der kirchleute gesehen dass teufeltraditionen in das evangelium gebracht hatten das ist etwas nicht gut habe ich mich gefragt das ist nicht gut und darum fragen wir heute ich frage euch meine brüder und meine meine schwestern hermanos sagen wir was ist das evangelium für dich was ist das evangelium lebst du das evangelium lebst du die kraft von evangelium möchtest du in freiheit leben wir wollen diese freiheit erfahren um diese freiheit kommt nur jesus christus als ich diese dekoration gesehen habe ich habe gesehen das evangelium ist da es fehlt nur das kreuz hier das kreuz hat das loch gemacht das kreuz hat die steine weggerollt dass jesus christus nochmal im leben zu uns kommt das ist das evangelium das evangelium das hat kraft und es ist zeit und ich möchte alle die hier sind auch im live stream es ist meine empfehlung an uns alle suchen wir jesus christus jeden tag egal was kommt egal was die leute sagen wenn du an der arbeitsplatz bist und die leute dich fragen bist du christ ich weiß es nicht ich weiß es nicht der apostel petrus hat uns gesagt wir sollen bereit zu sein eine antwort zu geben über die hoffnung das wir bekommen haben und du hast diese hoffnung in dir und wir sollen diese hoffnung weiter geben ich rufe zu uns alle die christinnen werden werk nicht nur hier in der effekt wir alle in der rhein-teil valley oder rhein-teil rhein-teil wir brauchen die kraft von evangelium so werden wir nicht viele sachen hier erreichen wir brauchen mehr von das evangelium und ich möchte heute morgen ein gebet machen und ich möchte dass die band nach vorne kommt es ist ein gebet für uns christinnen die das evangelium haben aber auch für die leute die nicht das evangelium haben dass diese offenbarung von jesus christus zu ihnen kommt und wir brauchen auch diese offenbarung von jesus christus dass wir weitermachen darum möchte mit euch betten jesus christus ich danke dir für das evangelium ich danke dass jesus christus du jesus christus zu uns gekommen bist weil du wolltest diese brücke wieder bauen zum vater und du jesus christus hast diese brücke gebaut indem du dein leben für uns gegeben hast und ich bete da in jesus namen dass alle die hier sind oder im live stream der anschauen sind dass die die nicht kennen ich bete jesus name dass du jetzt offenbarung schenkst dass du bei ihnen bist dass du bereit bist ihnen in die armen zu nehmen weil du ein lebendiger gott bist weil du ein gott voller liebe bist und ich bete in jesus namen dass diese leute können sagen ja ich möchte jesus christus in mir haben ich möchte diese kraft und das evangelium in mir erleben und bete jesus christus in dein name dass du uns christens dass dass wir wirklich offen zu dir sind dass wir können diesen durchbruch erleben dass wir können diese kraft und das evangelium in uns haben dass wir uns nicht schämen wenn leute zu uns fragen bist du christ wo ist deine hoffnung was ist deine hoffnung und ich möchte gib uns die kraft in verschiedenen situationen dass wir nicht wissen wie sollen wir reagieren gib uns die kraft von evangelium dass wir sagen ja ich bin christ ich folge jesus christus gottes son das ist meine überzeugung das ist was ich glaube in jesus namen bete ich amen